Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Aion in der Prachtkaverne. Hier geht's weiter in der Instanz, die uns das erste Mal so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen richtig gefordert hat oder so, wo das erste Mal Gegner sind, die mal ein paar mehr Schläge aushalten und das finde ich persönlich sehr gut. Ja, das tut mal ein wenig gut, wobei ich bisher dadurch ja halt noch überhaupt keine Ahnung habe von den ganzen Skills und wie man sie am besten in der Rotation und dergleichen einsetzt. Letztendlich kann man das mal so ein bisschen, wenigstens, ausprobieren. Die Kamera hier ist nur echt ein bisschen schwierig in diesen Räumen. Was sammelt Traumfragmente und bringt sie Walter? Wo ist denn Walter? Da kommt ein Traumfragment auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ihr seid zu weit vom Ziel entfernt. Ciao. Ciao. Komm mal weg. Äh. Ja, geil. Ich habe diese Kack-Perle eingesetzt, weil ich eigentlich aufheben wollte, aber die Perle habe ich noch auf diesen neuen gelegt. Das ist eigentlich das... Na gut, dann haben wir jetzt diese Perle halt nicht mehr. Diese Gutsmark, lassen wir mal. Das ist nämlich eine gute Mark. Steht ja dran. Das ist eine Gutsmark. Die... Ne? Die... Die ist nett. So, ja, dann... Ach, die Explosivperle hat einen Coollein. Ich dachte, die ist einmal eingesetzt, dann weg. So, die legen wir auf die neuen. Ich bin nämlich beim Looten irgendwie auf der Acht. Das ist... Das ist drin. So. Das ist... Ich lasse erstmal wirken. Ich muss dringend wissen, wo Lord Kaliga ist. Der Lord ist im Gewölbe. Ach, wirklich? Ist dem so? Dann richtet ihm unverzüglich aus, dass ich im Besitz von Magas Trank bin. Und? Was ist mit Chromede? Richtet ihm laut aus. Ich hätte mich um Robstein und Chromede gekümmert. Ach, verstehe. Ja, eingebuchtet hat er uns. Aber wirklich drum gekümmert hat er sich noch nicht. Ich fühle mich vernachtlässigt. Äh, absolut, äh... Missachtet. Schlimm. Also, was ich sagen wollte. Es ist ja das Angespielt und wir machen hier mal Abstimmungen. Das kennt ihr ja schon. Allerdings. Ähm, in dieser Folge keine. Das hat den Hintergrund, dass ich mich entschieden habe... Och ja. Ist doch eine gute Magd. Die gute Magd. Dass ich mich entschieden habe. Wir... Es passt halt nicht mit den 10 Folgen, die ich normalerweise angedacht habe. Und die Magd hält aus. Das ist mal... Ja, sonst noch jemand? Ich habe gerade noch ein bisschen Zeit. Sekunde. Ich will nicht erstmal... Eben hier... Sekunde. Das ist mal eben schnell gekentert. Ne? Komm. Auf hier. Weg. Das ist noch keine Magd. Oh. Äh. Eindeutig zu viele. Okay. Wir gehen mal einen Meter zurück. Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich gehe mal aus der Reichweite von diesem Bogen. Dann sehe ich aber selbst nichts. Das ist super. Läuft... Das läuft richtig gut hier mit der Kamera. Das ist kein gültiges Ziel. Äh, ich habe halt den ganzen Raum gepullt. Muss man mit den AOEs, die ich habe, doch ein bisschen aufkreisen. So, jetzt. Also, die Kamera ist echt teilweise übel. So. Gut. Also, jetzt versuche ich nochmal... Oh, wir sind echt fast tot. Upsa. Upsi. Ähm. Also, normalerweise, wie gesagt, waren 10 Folgen angedacht. Ich werde jetzt wahrscheinlich 11 machen. Wobei die 11. dann eine sehr kurze wird, wo wir uns nur die Wertung anschauen. Ich hole jetzt einfach mal ein bisschen Buff Food hier rein. Und das hauen wir uns noch rein. Und dann setzen wir uns so lange hin, während ich hier was erzähle. Dann regeneriert man nämlich auch wunderbar. Also, ähm, da das die 9. Folge ist und wir jetzt noch die Instanz fertig machen wollen, ähm, will ich die 10. Folge dann erst ein bisschen später produzieren. Das heißt, ich werde vorproduzieren, äh, vor Spielen, ja, versuchen noch im Level weiter voranzukommen, sodass wir in der 10. Folge dann die finale Umfrage machen können über den Umfang. Noch können wir uns da ein relativ bescheidenes bis gar kein Bild vom Umfang machen. Wir haben eigentlich vom Spiel ja noch nichts gesehen. Ich hoffe, ich komme wenigstens so grob in Richtung Max-Level, dass wir irgendwie an Instanzen nochmal was sehen oder ich weiß es nicht. Irgendwas zeigen kann in Folge 10. Und wir dann, äh, zur Umfrage, äh, dann halt ein bisschen mehr, naja, ein bisschen mehr Grundlage haben sozusagen. Und dann gibt's noch eine kurze, äh, äh, 11. Folge, wo ich euch die Wertung dann zeige und wir dann gemeinsam entscheiden, wie es mit Arion weitergeht. Das ist der kleine Plan. Mal gucken, ob ich ihn umgesetzt bekomme. So, wir gehen da jetzt rein. Wieder alles regeneriert. Die Magd da hinten lassen wir. Wir müssen da hoch. Ups. Small. So. Also, die Butler hier jedenfalls haben... Boah. Wie soll ich sagen? Die sind, die sind schon gut geschult. Ja? Hau rein. Die sind schon gut geschult. Muss man ja mal so sagen. Jetzt will ich mal hier ganz kurz, wenn wir was austesten. Komm mal mit. Kommt ihr mal mit. Dankeschön. Und... Alles klar. Die machen also, die machen also ganz ordentlich Schaden. Die sind gern. Ich wollte die nun mal... Wolltet ihr die nun mal eingesetzt wissen und schauen, wie die dann so wirken. Also, diese Perle da macht echt gut Wumms. Das ist nice. Okay, pass auf. Hier haben wir noch mehr Loot. Und hier geht's weiter, glaube ich. Gutsgast. Hier muss sogar der Gast noch mitkämpfen. Das ist... Was für ein Gastgeber hier? Wer die noch kennenlernt will. Ach, der Gast lebt noch. Euer Ziel existiert nicht. So. Ach ja, die Tussi kann man wohl angeblich abstellen, die da die ganze Zeit sagt, euer Ziel existiert nicht. Euer Ziel ist zu weit weg. Geh mir doch nicht auf den Sack. Die kann man angeblich abstellen. Huch, wieso sind die jetzt umgefallen? Ich hab doch gar nicht gehauen, wo sie umgefallen ist. Naja, gut. Vielleicht sollten wir das mal machen, ne? Optionen. Hier in der neunten Folge, weißt du, da finde ich dann endlich... Aber wo ist denn sowas? Benutzeroberfläche, Aktionsweise, Steuerung und Zeit, Community, Kampfinformationen, Distanz zum Ziel anzeigen, Fertigkeitenanzeige, Ich hab das noch mal. Hab ich jetzt... Nööö, Zusatzinformationen. Nööö, Äh, Graphikoption, Audioeinstellungen, Bibrikoption, Okay, dann, wenn das so versteckt ist, dann lassen wir es jetzt, weil da habe ich jetzt keinen Bock, euch hier mit zu langweilen, wie ich das suche. Okay, da scheint es weiter zu gehen. Wir laufen einfach mal. Wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir da durchlaufen, ohne groß Akku zu ziehen, ansonsten haben wir ja die Perle. Siehste mal. Ach du Scheiße, haben das eigentlich ein bisschen viele hier angezogen, habe ich gerade. Das ist das falsche Ziel. Ich wollte eigentlich, dass du schießt. Gehen wir das nochmal hin. Genau, so. Gut, halt erst dort. Okay, wir haben die Fragmente. Guck mal, da ist Grillfleisch. Yay, das ist nett. Ja, damit. Yum. Wir haben ein leckeres Fleisch. Den Effekt, leckeres Fleisch erhalten. Wurzertorte hier, leckeres Fleisch. Physiomarkt, Eingriff sind fünf Minuten lang, um zehn erhöht. Gutsdiener, Gutsmarkt, Gutswächter. Ja, habe dich erwählt. Die Instanz ist echt riesig. So, den nochmal auch. Ja, Mensch. Versucht, den mal so weitestgehend aus dem Weg zu gehen. Euer Ziel ist zu weit weg. Wenn dieses Spiel schon diese Geschwindigkeit an den Tag legt, dann will ich es ja auch weitestgehend eben entsprechend nutzen. Die Frage ist halt, wo müssen wir lang? Äh. Da nicht. Das heißt also, hier und dann da links. Dann sind wir bestimmt da. Erledige Kaliga. Das hätten wir, das hätten wir erledigt. Wahrscheinlich können wir das hier bereits abgeben. Das ist bestimmt hier so eine Schnellabgabe, oder? Nee, sofortiger Bericht nicht. Achso, wir müssen sie ja zu Walter bringen, genau. Binde und beseitige die Ursache des Albtraums haben wir auch. Ach ja, ich merke gerade, da müssen wir wohl runter. Das ist aber nicht nett. Ach doch. So, den hätten wir. Nee, hätten wir nicht. Eier, eier. Ich dachte, weil der hier oben so eine, so eine besondere, so einen besonderen Namen hatte. Dass der eventuell nötig ist, um unten weiterzukommen, dass da vielleicht noch ein Schlüssel oder so ist. Aber ist nicht. Müssen auch unbedingt wieder den Dings mal einsetzen, diesen, diesen, äh, Barriere-Skill. Ja, Himmel, Herrgott, wo geht's dann hier lang? Ach, da oben ist noch ein Durchgang. Nerv. So. Die Türen sind aber auch versteckt. Also so, was Sichtbarkeit betrifft. Und dazu halt diese tolle, tolle Kamera. Wie man jederzeit alles sieht. Wo geht's denn jetzt überhaupt lang? So. Ich bewege mich nur, ich bewege nicht die Mausen. Ich laufe hier nur und auf einmal springt die Kamera so rum. Ah, das ist echt nicht gut. Äh, hier, hier, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ist da, ist da eine Tür? Nein, das ist keine Tür. Wo kommen wir denn dann da hin? Äh, 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 äh. Engartig. Vermutlich. Äh, vermutlich müssen wir die Chiefs da unten umhauen. Keine Ahnung. Der, der hat ja auch wieder einen Namen. Das ist verdächtig. Ihr seid nicht auf der Gästeliste. Nein, 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 nein. Ich dachte mir, ich schau mal so vorbei. Es ist hoffentlich in Ordnung, ja. Meister, ein Gast ist hier. Ja. Erinnert mal ein bisschen um, genau, und dann... Oh. Ich sehe wieder nichts. Ich zoome mal ran. Das ist mit dem Mech echt schwierig. Relikt Wächter haben wir hier. Und da haben wir nur den Justiziar... Ja, okay, komm. ... Ups. Da bin ich aber genau. Ich... Okay. Was? Und nicht gut. Komm mal rein. So. Ja, damit alles nehmen. Was wäre jetzt hier rausgekommen? Lass mal gucken. Hätte man das hier wahrscheinlich während des Kampfes... Ich denke mal, dieser Kampf war ursprünglich ein bisschen anspruchsvoller als das, was wir gerade gesehen haben. Kann das sein? Beendet die Mission, indem ihr im Questfenster auf den vorigen Bericht klickt. Joa. Ist das in Ordnung? Mana-Relikt oder ein Stärke-Relikt? Ich nehme mal ein Stärke-Relikt. Wut. So, okay. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Man weiß es nicht. Ich schätze auch, das ist ein Teil eines ehemals viel komplexeren Boss-Kampfes. Holim. Dann machen wir hier mal auf. Hier müssen wir zum sofortigen Bericht... Achso, hier unten müssen wir was wählen. Optionale Belohnung. Äther-Schlüssel. Aha. Irgendwie. Geht nicht. Fantastisch. Okay, wir gehen hier raus. Dann haben wir die Instanz hinter uns gebracht, augenscheinlich. Also die Boss-Kämpfe sind immer noch sehr, sehr witzlos. Die Gegner, die so rumstehen, die können wenigstens mal ein bisschen was aushalten. Ich habe überlegt, ob ich es wegschnübbele und sage, komm, ich mache die Instanz im Off, aber andererseits, ich finde, es gehört dazu. Ja. Hier beim Weiter geht man mal ab. Jawohl. Wir überreichen. Wir nicken. Wir freuen uns und haben einen Löffel ab. Und dann haben wir noch die Albtraumgeplagte, Ceska. Ich habe Kopfschmerzen. Der geben mir ein bisschen, äh, ein bisschen Kopfschmerztabletten. Dann geht das auch wieder. Und hier versuche ich nochmal auf den sofortigen Bericht zu klicken. Und dann auf einmal geht es. Sensationell. Und jetzt müssen wir nochmal mit der Ceska reden. Jetzt können wir nämlich hier in den Questen weitermachen. Ich habe Kopfschmerzen. Wie immer noch. Das steht mir nicht so an. So. Ich habe weder in der Berluslan-Festung noch in, äh, Kidoruns Lager Hinweise aufs Odella gefunden, aber ich habe eine Idee. Ein Deva der Flamme ist Tag und Nacht dabei, das eisige Krongeistberg wieder aufzubauen. Er hat sicherlich irgendetwas herausgefunden. Dann gehen wir da mal hin zu diesem... Wo ist denn der? Ist hin, Jan? Kann nicht so weit sein. Quasi vor unserer Nase. Hier müsste der sein. Achso, mit denen hat man ja schon mal gehört. Seid gegrüßt. Wir fragen ihn, ob er irgendwas übers Odella weiß. Meint ihr, dass Heilkraut das wächst, indem es älter absorbiert? Im kalten Gebieten, wie in Kulengalfsburg, wird das Odella-Heilkraut verschiedene Zwecke verwendet. Ich weiß nicht genau, ob sie Odella geladen hatten. Doch vor weniger Zeit habe ich beobachtet, wie die Linksbumshändler verdächtigte Waren transportieren. Ich konnte diesen Karren in Duft von Odella riechen. Wunderbar. Also irgendwo ist eine Lieferung gewesen. Nehmt diese Elim-Essenz. Geht damit zum Schrein der Elim und weckt Khazad-Lasil auf. Hoffentlich ist der nicht sauer. Wenn wir ihn wecken. Viele Daevas haben versucht, Kulengalfsberg mit Feuerzaubern aufzutauen. Doch ohne Erfolg. Es besteht noch eine letzte Hoffnung, Daeva. Der Elim-Älteste Khazad-Lasil. Elim besitzen die elementare Lebenskraft. Wir müssen alles tun, um Khazad-Lasil zu erwecken. Ein Wind. Aber die brauchen immer ein bisschen länger, ne? Wissen wir ja aus diversen Filmen und Fernsehen. Begebt euch zum Schrein der Elim. Das müsste ja jetzt hier in der Nähe sein, oder? Das ist ein Wohngebiet da oben. Da könnte man natürlich auch mal hin. Gebt euch zum Schrein der Elim oder weg. Tja. Khurngalfs Eis statt. Aber wir müssen Dingsbums. Khazad-Lasil. Wo ist denn jetzt... Schrein der Elim? Ach, da. Da ist er. Ja, einfach... Nö? Einfach gucken. Das war ja auch in der Dings zu sehen, in dieser Animation. Oder habe ich mir jetzt... Haben wir sonst immer die Gebiete so schön angezeichnet. Ich habe mir das dieses Mal nicht gemerkt. Was ich wohl gehört habe und echt schade finde, ist, dass wir... Guck mal, wir haben ja verschiedene Sachen. Die können wir uns gleich mal anschauen. Ähm, was ich echt schade finde, ist, ist... Das Crafting wurde wohl komplett aus dem Spiel rausgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe mit dem Update. Könnt ihr ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Weil das fände ich echt eigenartig. Das fände ich echt eigenartig. Den Kram können wir uns verkaufen. Kettenhelm ist schlechter als meiner einer. Äh, Leder-Schulter-Dinger auch. Das verkaufen wir. Ähm, das fände ich echt eigenartig. Aber das Spiel konzentriert sich halt... Megastark auf... Auf, ja, PvP und halt entsprechenden Late-Game-Content, was die Instanzen und Festungskriege und dergleichen betrifft. Von daher... Von daher vielleicht eine nachvollziehbare Entscheidung. Jetzt müssen wir den Mac gleich wieder rufen. Aber irgendwie ein MMO ohne... Ohne Crafting? Hm. Weiß ja nicht. Bin ich schon schade, irgendwie. Haben wir hier? Grabritter haben wir bekommen. Anubit. Ein Anubit, den können wir uns nochmal anschauen. Das kennen wir noch nicht. Komm, zeig mal her. Wie sieht so ein Anubit... Ja. Ist auf die Knochen durchgefroren. Und eins, eins, zwei. Ja, okay. Ja. Ja. Hatten wir sie abgenommen, unser Zwerch, ne? Ist, äh... Hm. Schade. Fantastisch. Wie super, wenn er da rumfriert. Oh. Gucken wir nochmal ein paar Fotos. Was? Wie? Wo? Was? Was? Das ist ganz unfair, weil ich hab... Ich... Abgesehen davon, dass ich gerade komisch hänge... Bin gerade nicht im Mac. Und bin hier einfach angeschissen. Und ciao. Und ich laufe in die falsche Richtung. Da ist der Schrein irgendwo. Oh, hi. Wie lang... Wie lang sind die eigentlich hinter einem so irgendwie her? Nein, ich will... Oh. Ich überlege auch mit dem Gedanken, ja, einfach durchzulaufen, weil... Also es ist fast... Zeitverschwendung. Jo. Weiß ich übrigens noch gucken wollte, was haben wir hier? Aha. Werden wir wahrscheinlich dann brauchen beim... Beim Questen sind... Das braucht man nicht. Hier haben wir ein bisschen besseres Futter. Das können wir auch noch, äh... Uns reinhauen. Ah, der Kuchen, der läuft ja noch. Ein Stückchen Käsekuchen. Oh, da geht's wohl rein in den Tümpel. Dieses Ziel könnt ihr jetzt nicht angreifen. Sie hat lange ruhig gehalten. Also wir müssen sie jetzt auch mal loben. Ja, wir können nicht die ganze Zeit nur meckern. Dieses Ziel könnt ihr jetzt nicht angreifen. Okay, es ist aber auch... Also, naja. Das muss man ihr jetzt einfach mal wieder zugestehen. Nach so langer Zeit... Musstest du jetzt halt auch mal ausnahmsweise... Ach, da unten geht's rein. Äh, zweimal was sagen dürfen. Aber macht mich wahnsinnig. Hallo. Hallo Bäumchen. Und nun? Ihr gebt euch zum Schreien und erweckt mit der... Elim an... Äh, mit der Essenz. Da. Ja. Hallo? Nö. Wohl... Eher nicht. Jetzt brauchen wir die andere Essenz. Oh. Oh, die hier. Ihr kriegt das hin da draußen. Lass mich raten. Das wird auch nicht funktionieren. Ja, der Baum brennt. Der freut sich bestimmt, wenn ich ein Feuerchen vor ihm anzünde. Auch nicht. Nee, war nicht. Und jetzt mit der... Etun. Bezwingt den beschworenen Frostparasillen. Ihr ruft mich mit der Essenz meiner Brüder. Ja. Warum weckt ihr mich, Deva? Großer Kasadrasil. Ich erbitte, was nur ihr geben könnt. Neues Leben für Krongalfsberg. Versteht, dass dies keine einfache Bitte ist. Die Deva der Flamme konnten das uralte Eis nicht schmelzen. Egal, mit welcher Magie. Aber solange meine Wurzeln nicht wälten, wird das Eis Krongalfsberg nie ganz bedecken. Und jetzt? Bezwinge den beschworenen Frostparasillen. Ich fürchte fast, dass die den irgendwie umgehauen haben. Kann das sein? Frostparasillen. Da. So. Recht mit der Alpstraum geplagten Cheska. Dann gehen wir da wieder zurück. Aua. Aber hin ist mir jetzt nicht mehr kalt. Ich wünschte, ich könnte fliegen. Boah, hält das auch irgendwann auf? Eine ganz gemeine Kiste. So, pass mal auf. Bin ich noch immer so ein Onkel lustig hier? Bin ich. Dann ist das hier tatsächlich schnell, wie ich mich bewege. Na gut, dann ist dem eben so. Mir kam das gerade mal wieder langsam vor. Wo ist denn unsere Kopfschmerz geplagte Cheska? Ich werde das dann, glaube ich, wenn ich das so sehe. Warte mal. Hier da längst hoch. Da oben ist sie. Ich werde das dann im Offscreen hier weiterführen. Ich werde im Offscreen ein bisschen zocken. Ja, mal so ein paar Trillionen Stunden. Nee, Ewigkeiten nicht. Aber ich werde versuchen, ein paar Level zu machen. So, dass wir dann in der nächsten Folge eben ein bisschen weiter sind. Und uns ein besseres Bild noch vom Spiel machen können. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ob das hier dann in Bälde interessanten Content gibt, den ich dann wieder zeigen kann in der Folge 10. Dann werden wir da eine schöne Umfrage machen, eine Finale. Und dann in der Folge 11 die Bewertung. Ich habe Kopfschmerzen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ich habe bestimmt auch viele neue Skills. Oh ja, bis dahin habe ich dann noch mehr neue Skills. Und dann bin ich noch verwirrter. Das wird gut. Bis dann. Ciao.